Guten Tag und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei uns auf dem Channel und zwar das Spiel Daylight. Wieso ich sage bei uns, weil der Cheffe auch dabei ist. Jetzt werden sich einige fragen, warum ist Cheffe dabei, dass es nur Singleplayer spielt. Ganz einfach, wir haben uns entschieden, wir beide werden es jetzt zusammen durchspielen. Es wird auf beiden Channels erscheinen und wenn wir es hinbekommen, seht ihr die jeweilige Sicht noch bei dem anderen Halt in der Ecke irgendwo. Das können wir nicht versprechen. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nein, lassen wir zum Beginn. Ihr seht, haben wir schon eine Geschichte gespielt, um ein bisschen rumzudessen. Wir starten aber eine neue Geschichte. Ei, ei, ei. Das ganze spielt in einer Irrenanstalt für diejenigen, die es nicht kennen. Und... Da, wo der Henne eigentlich hingehört. Guck mal, wie wir es einfach verarschen, das Spiel. Jetzt große Schnauze. Man muss es übrigens sagen, wir spielen es um halb elf und wir, wie gesagt, wir werden es durchspielen. Also wir werden es jetzt in einer Session durchspielen und ihr werdet dann die gecutten Teile halt sehen. Wie lange wir brauchen... Hm, man wird es nicht. Man wird es sehen. Bei mir leid es. Leid irgendwie sehr lange. Jetzt. Jetzt ist es fertig. Ich warte aber bist du auch im Menü bist. Finde die Relikte der Vergangenheit. Enter. Okay. Das Telefon wird dir helfen, dich zurechtzufinden. Wir haben ein Handy. Und eine Spinne. Ah, Gott, du hast es geschafft. Sarah, fokus. Wir haben nicht viel Zeit überhaupt. Ein kopfloser Engel. Darum ist eine Schlange. Okay, gucken wir uns erstmal ein bisschen um, wie die Sagen. Back. No, wo? Oh, wir müssen einen bestimmten Weg gehen. Weil jetzt endlich da links hinters Regal, aber der sagt, nö, fegt dich, geht es nicht lang. Okay, wie die Karte funktioniert, wissen wir jetzt auch schon. Benutzen. Oh ja, hat sich auch. Ja. Inventar voll. Du hast zu viele Leuchtschwinge. Funktioniert denn die Karte? Ähm, mit M. Oh, okay. Dann zünden wir mal einen Leuchttstab. Boah, was sind das für komische Geräusche, Alter. Weiß es nicht. Auch mal einen, auch mit 1. Das lädt. Oh, ich hab was gefunden. Ich auch. Die erste Notiz. Willst du lesen? Oder soll ich? Äh, 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 okay, ich lese vor. Ähm, New Kipling Herald, Gerald, keine Ahnung. Mid-Island Haftanstalt bekommt neuen Chefarzt, 5. Februar 1907. Mid-Island Haftanstalt hat vor kurzem den Namen ihres neuen leitenden Arztes verlautbart. A lautbart, welch tolles Wort. Dr. Walter Mercer. Er ist als führende Persönlichkeit in der Pocken- sowie Tuberkulose-Forschung bekannt. New Kipling freut sich einen so talentierten, äh, und leidenschaftlichen Rekruten, der bereitwillig den Kampf um die Gesundheit dessen Bürger aufnimmt, an Bord willkommen heißen zu dürfen. Das war die Notiz. Cool, ich hab hier eine andere. Wir werden die Notizen immer abwechselnd vorlesen. Wir werden wahrscheinlich eh alle bekommen. Äh, von daher, mhm, ja. Macht's keinen Unterschied. Und bei mir willst du nicht durch die nächste Tür. Das lag noch gerade ein bisschen. Da habe ich auch schon beim Probelauf ein paar Probleme. Na jetzt. Suche, durchsuche die Halle nach nützlichen Gegenständen. Dann machen wir das. Wir sind im ersten Labyrinth angekommen. Bist du gerade aus oder rechts lang? Weil ich bin rechts lang. Ähm, ich bin immer noch im Hauptraum. Was für ein Hauptraum? Also, da wo der Engel ist. Weil da sind zwei Notizen. Geh mal kurz zurück. Komm mal zurück. Komm mal zurück zu Papa. Was sind das? Fuchspuren. Hast denn hier noch eine Notiz? Ich such mal kurz. Ah, hier ist eine. Also, wenn du... Ähm, benutzen. Ah, hier. Das ist mit dem Chefarzt. Ja. Ja, und dann musst du vom Engel aus die Treppe runtergehen. Dann links. Und dann liegt noch eine Notiz. Ist das eine Treppe? Ja, ja. So wie du gestartet bist halt. Die lese ich dann mal vor. Häftling 52 hat offenbar Visionen von Schattenmenschen. Diese anwesenden Ärzte versuchen fortlaufend konventionelle Therapien. Aber ich glaube, wir müssen uns um neue Prozeduren Gedanken machen, die unseren bisherigen Erkenntnissen neue Anstöße verleihen. Okay. Man sieht hier also anscheinend Schatten. Ah, hier geht es noch die Treppe hoch. Ja, gehe ich jetzt auch hoch. Das ist sehr interessant, dass wir jetzt hier lang gehen dürfen. Weil dann habe ich eben die Notiz ausgelassen, die du wahrscheinlich als nächstes bekommen wirst, die du dann einfach vorliest. Hier auf dem Stuhl liegt noch eine. Soll ich dann die machen, weil dann kannst du die nächste? Äh, ist du hier im Stuhl? Ja, das ist nur ein Bild von einer toten Kuh. Was hat das zu bedeuten? Auf dem Highway in Amerika wahrscheinlich irgendwo. Wir wissen es nicht. Ah, da ist ja die andere. Hitt Island Hospital. Patienten Rekordfile. Datum 4. April 1988. Akte Patientin 13. Lauf. Ähm, mehr steht da nicht. So steht Lauf. Hast du die aus der Schublade hier links bei dem Regal? Also wenn du... Äh, so ein Wegelchen. Wenn du vom Engel aus diesen Gang, wo du hingehen musst, so oder so, äh, ist ja links dann so ein Regal, wo das Relikt angezeigt wird mit dem Leuchtstab. Nein, da habe ich noch nicht rausgenommen. Ne, die habe ich ja schon rausgenommen. Deswegen, ich dachte... Ah, da kann ich rausnehmen und vorlesen, wenn du möchtest. Kann ich mir gerade noch ein knicklicher Clown. What? Welche Atmosphäre. Eine dunkle Irrenanstalt. Mit zwei... Mit zwei Idioten. Das kann nichts werden. Genau das... Genau deswegen gehört der Henne in eine Irrenanstalt. Er denkt, er hat zwei Persönlichkeiten. Ja, das klar bin ich auch. Alter, ich bekomme das nicht angezeigt, dass ich die Schublade aufmachen kann. Bin sonst mal ein Leuchter. Hab ich ja. Ah, jetzt. Ne, ne. Ist das derselbe Tee? Ne, äh, ein weiter. So. Ja, ja, ja. Ist das alles umgegangen, oder was? Ja. Ist das verrückt? Wow, Alter. Wir haben automatische Türen. Ah ja, jetzt sehe ich, ja. Wow, Alter. Was ist denn hier los? Okay. Ist die Tür einfach auf? Ist einfach alles aufgegangen. Okay, ich lese vor. Mid-Island Hospital Patient Rekordfall. 4. März 1988, Patientin 13. Die Patientin, alter 10 Monate, okay, wurde von ihren Pflegeeltern aufgrund seltsamer und beängstiger, äh, Quatsch, was laber ich da, beängstigender Zwischenfälle, die kurz nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus auftraten, wieder eingewiesen. Alter! Oh, ich hab Tattoos. Läuft bei dir. Okay, ich gehe weiter. Das ist auch gleich weiter. Ich stimm, gibt es mir nur noch ein Leuchttab. Das ist eine gute Idee, weil N benutze ich ihn. Kann man da laufen? Kann man da laufen? Kann man da suchen? So, hier gibt es die erste Wegsweigung. Ich gehe, glaube ich, rechts lang. Guck mal, was uns hier so erwartet. Und die Musik, ne? Gott. Rechts lang? Ich kann geradeaus oder links gehen? Ich kann geradeaus, rechts, links. Oh, mein Gott, ich höre komisch. Aber die Level generieren sich ja, ähm, randommäßig, von da ist es ganz gut möglich, dass wir halt verschieden... Was ist das für ein Klingeln? Was ist das für ein Klingeln? Meine Jüte! Hilfe! Ich gehe irgendwo. Oh mein Gott, alter. Was geht denn mit dir? Ein Kleiderständer? Ne, was ist da? Ah, das ist so, wo man Infusionen dranhängt. So bewegt er sich von alleine, Mann. Weiß es nicht, du kannst halt... Boah, ich hab Gänsehaut. So, benutzen. Ich hab ne Notiz. Mid-Island-Hospital-Inzident-Report-Fall-Inzident-Datum, 7. Juni 1936, Betreff-Patient 279. Der Patient hat berichtet, er würde bei Nacht schemenhafte Gestalten in seinem Zimmer sehen. Das Personal wurde angewiesen, seine Wahnvorstellung mit Nachtsicht zu behandeln, Nachsicht zu wandeln. Um gewalttätiges Verhalten wie bei Patientchen 15 beobachtet zu vermeiden. Der Patient bleibt in seinem Zimmer unter leichter Aufsicht. Okay. Hier laufen anscheinend... Hier liefen anscheinend Gestalten rum. Ich möchte den Feuerlöscher hier. Alter. Ich hab hier auch so eine rotklühende Nachricht schon. Ich weiß nicht, wie. Ich hab hier auch eine mit Ruhe. Ja, dann mach du auf, ich mach auf und du liest vor. Also bei mir steht Geschichte von New Kipling. Die Wurzeln von New Kipling reichen bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurück. Die reichhaltige Fischgründe und der leichte Zugang zu Handelsrouten hat früher Siedler in das Dorf gelockt. Das war die Notiz. Bei mir können mein Zuschauer selbst lesen, was hier steht. Ich bin sicher, wir hören es schwer, auch noch mal vom Chef. Die zweite Seite noch mal ein bisschen. Und das muss reichen. Wenn nicht, dann drückt auf Pause. Alter, wie einfach hier das Licht ausgeht, wo ich rennengehe. Ja, ich schrei noch lauter, dass irgendwer da ist. Das macht man nicht. Also hier für richtig was. Die nächste rote Nachricht. Ich hab irgendwie so ein Glück dafür. Entscheid. Und nicht gar nicht. Alter, was geht nach... Oh, oh mein Gott, hier ist was hier. Oh mein Gott. Alter. Mid-Island Hospital. Patient Record File. Datum 24. Februar 1859. Akte Patientin 12a. Dr. Watkins empfahl, alle Habseligkeiten aus dem Zimmer der Patientin zu entfernen, um so ihre Fantasien zu heilen. Die Patientin wurde dabei äußerst aggressiv. Sie schienen besonders auf eine alte Puppe fixiert zu sein und weite noch Tage lang, nachdem diese entfernt wurde. Okay. Ich hab auch einen Zettel. Äh, oh mein Gott. Also, Mid-Island Hospital. Patient Rekord File. 9. September 1937. Patient 27C. Der Patient ist auf unerklärliche Weise über Nacht verstorben. Der Leichnam wurde heute Morgen von der Schwester während der Vorbereitung für die Elektroschock-Therapie entdeckt. Der Leichnam wurde in die Leichenhalle überstellt. Die Einächerung ist für diesen Abend angesetzt. Der Patient hatte keine weiteren Angehörigen. Hm, ich hab hier auch direkt die nächste. Wir sind einfach so gut da drin. Wir müssen uns nicht gruseln. Wir müssen uns nicht gruseln. Also, bei mir ist es... Also, bisher war es bei mir recht friedlich. Nicht nur die Musik so ein bisschen. Mid-Island Hospital Inside End Report File. Datum 16. Februar 1936. Betreff Patientin 15. Die Patientin, alter 7 Jahre, fürchtet sich nächstens vor einem Monster in ihrem Zimmer. Eine Nachtschwester hat die Patientin getröstet. Indem sie beteuerte, sie hätte sich das nur eingebildet. Daraufhin begann die Patientin in einem unkontrollierbaren Gewaltausbruch, sich selbst und das Personal zu verletzen. Die Patientin wurde ruhig gestellt und in Isolationshaft gebracht. Anscheinend waren hier sehr junge Patientin. Nur unterwegs. Kann ich das nicht auch? Alter, ich hab ein komisches Zeichen an der Wand gefahren. Nee, an der Tür ist ein Zeichen. Oh Gott. Und wenn man näher kommt, wenn man näher kommt, brauche den Schlüssel. Wie jetzt passiert? Ja, ich bin ja nicht bei dem sogenannten Tor. Wow. Alter. Was wackelt das Bett? Hallo, ist hier noch wer? Kann man nicht in die Dokumente so nehmen? Nein. Benutzt eigentlich die Knie. Ab und an, ja. Alter, ich hab komische Schritte. Wenn wir den Knick licht, dann ist schon so ein bisschen heller. Ja, aber irgendwann sind die Knick licht da leer. Deswegen nehme ich die auch nicht dauerhaft. Ich bin jetzt auch bei diesem wie sehr komischen Tür. Ohohohoho. Hallo, wer hat diese Bilder aufkommen? Ich muss hier durch. Dann geh doch da durch. Ohoho. 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 Ich hab jetzt die erste Signalfackel geholt. Und ich denke mal, bei mir wird's dann bald Beef geben. Boah, diese Musik. Diese scheiß Trampeln von oben. Boah. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wo ich war. Vor lauter Türen. So, Mittelfinger auf als zwei. Alter, scheiß die Wand an. Oh. Boah, Alter, hab ich Gänsehaut, Mann. Oh, ich hab hier zwei Schreibtische, die ich benutzen kann. Okay. Sie vergehen in den Flammen, Sarah. Nutze das zu deinem Vorteil. Ohoho, ich hab auch so eine Fackel. Mit zwei. Mit eins, oder? Ne, mit zwei. Ich hab einen Finger schon dauerhaft jetzt da drauf. Oh, ist das so. Ich mach meinen Ring immer wieder, oder? Welche Tasse, wer könnt ihr da am besten drauf machen? Ich spiel so, also die... Hier war ich, glaub ich, schon. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Ja, hier war ich schon. Hier stehe ich seinen Schrank benutzen. Das heißt, ich geh zurück. Und hier rechts. Warte, war ich hier nicht auch schon? Ja, hier war ich auch schon. Wo war ich denn noch nicht? Dann ist das Schloss. Kann ich nicht. Doch. Alter, ich schnauzig. Hör ich irgendwelche Stimmen. Irgendwie gestöhne. Sarah. Sarah. Sarah rufen die. Oh, ich weiß, dass du da bist. Alter. Ja. Mann. Warum wollten wir das nochmal spielen? Oh, meine Hörbe. Keine Ahnung. Oh, oh. Ein Regal, das sich von selbst verschließt. Behindertes Regal, komm mal auf dein Leben, klar. Ey, hier war ich schon. Oh, Mann. Ah, mit Island Hospital, Patient, Revicod File, Datum 23. August 1937, Akte, Patientin 27C. Patientin 27C ist besessen von Labyrinthen. Zwanghaftes Verhalten hat ihn dazu gebracht, sie überall in seiner Zelle zu zeichnen. Nachdem ihm der Platz ausging, begann der Patient ein detailliertes Labyrinth in sein eigenes Fleisch zu ritzen. Es bedeckt seine ganze Brust, Teile seines Rückens, seine Unterarme, Oberarme, Oberschenkel und sogar Teile seines Gesäßes und sein Deck in Italien. Der Patient wurde mithilfe einer Zwangsjacke ruhiggestellt und befindet sich in Isolationshaft. Okay. Hier ist der nächste Schreibtisch. Herr, schreit die doch um bisschen. Ja, ist so, ne? Also, ich hab noch ne zweite Signalfackel. Sicher fühl ich mich trotzdem nicht. Geh ich jetzt gerade zurück? Nee. Doch, ich geh im Kreis gerade. Wie nutzt man jetzt mit drei, oder? Naja, womit benutzt man die mit eins? Die, äh, Leuchtfackeln? Mit zwei. Die, ähm, wie heißt das? Äh, Knicklichter mit eins. Ja, weil du ne drei, achso, das ist die Anzahl, die man noch hat. Alter, dieser Rollstuhl. Ich hab die nächste Nachricht. Hast du grad auch eine? Äh, ich hatte die gefunden, die du, äh, schon hattest. Ich hab jetzt vier von sechs. Ich hab sechs von sechs. George, unten im Heizungsraum geht etwas Vorsicht. Während meine Reinigungsarbeiten kann ich ständig hören, wie sich da unten etwas bewegt. Und ich versichere dir, es sind keine Ratten. Das ist etwas Größeres. Ich weiß noch nicht was, aber sei vorsichtig, wenn du da unten bist. Adam. Ich hab mir grad mal ein paar Knicklichter. Okay, also die zwei sind dann da, wo du warst. Allerdings konnte ich nicht nach rechts gehen, ich konnte nur nach links noch gehen. Werde ich das doch klatt mal tun? Hier liegt ein Buch, wahrscheinlich eine Bibel oder so. Ein alter Fahrradrahmen, hier ist das. Das stimmt. Sieht ganz so nah aus. Und ein Tisch zum rumwerkeln oder so. Sarah, wir holen dich. Alter, wo war ich denn jetzt nicht? Alter, die Musik. Bei mir ist im Glück grad gar keine Musik. Die Fenster sind auch alle verriegelt mit Holzbrettern. Alter, mach doch. Jetzt ist grad... Jetzt ist grad bei mir im Hintergrund so auf der Straße, Motorrad oder irgendein Spinner mit seinem lauten Auspuff lang gefahren. Ach, das war bei dir. Ich hab schon gedacht, es ist keine Nutzung, dass mir gleichzeitig was weiß. Ja, ja. Ich hörschritte auch mal. Hier ist das komische Tor. Ich hör noch andere und so ein komisches Atmen. Ein verlassenes Haus. Im Wald. Auf dem Bild. An der Wand. Das Ding ist... Ich verbrauch hier alle knicklich, weil ich einfach nicht weiß, wo ich weiter lang muss. Hart ist eigentlich voll für den Arsch. Jetzt hier einfach mal links. Dunkle. Okay, hier ist zu. Ich stehe das zurück. Das sieht aus wie... Hm-hm. Eine Puppe? Ein Engel? Ich weiß es nicht. Aus Pappe oder so. Man scheint sehr kreativ. Wir nutzen hier mal ein Knicklicht. Oh-oh. Ey, ich verstehe es nicht. Ich bin hier alle Wege lang gelaufen. Auf der Seite. Ein einsamer Stuhl. Ein umgekipptes Bett. Ein umgekippter Rokta. Was hat das zu bedeuten? Hm, schon Schimmel von den Wänden. Von den Decken. Lecker. Das Witzige ist, jetzt haben wir noch große Fresse. Oh, ein Relikt. Was ist da drin? Achso. Verwendet Leuchtschreiber, um Relikte zu verwenden. Wie das Fenster, das verbarrikadiert ist. Ich glaube, hier war ich. Ja, doch. Meine Sorge. Scheißregal, dass er mal umgefallen ist. Ey, das kann ich rumschieben. Mit meinen Füßen. Ey, ich will komische Musik. Da Falter, wo bin ich? Ey, ich soll das auch rumschieben mit meinen Füßen, nee. Okay. Ey, egal wie rum ich laufe, ne? Komm immer wieder zu den dämlichen Knicklichtern raus. War ich hier schon? Nein. Warte mal, kurz M. Vielleicht doch schon. Und jetzt hier. Nein, links. Ah, hier geht's nicht weiter. Ja, hier war der ungekripte Schrank. Und was ist hier? Stimmt. Ja, aber die ganze Zeit weiß, dass jemand hier ist. Ding ist, hier geht's zum Eingang, okay. Das ist der lange Gang. Hier kommen immer komische Beräuche. Mit Island, Hospital, Patient, Record, File. Das mit dem Abwechseln lesen klappt anscheinend nicht so gut, deswegen. Das mit dem Abwechseln lesen klappt nicht so gut, weil wir halt anscheinend immer unterschiedliche Nachrichten lesen, wir lesen jetzt einfach so vor, wenn halt wer was findet. So für die, ja, so für die Zuschauer. Datum, 9. April 1860, Akte, Patientin 06b. Miss Eunice Goodman hat der Patientin ohne Genehmigung des behandelnden Arztes einen Stoffberg gegeben. Miss Goodman wurde verwarnt und bis auf weiteres von der Kinderstation einem anderen Bereich zugeteilt. Okay. Okay, 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 lass uns noch mal kurz auf die Karte gucken. Wo war ich denn noch nicht? Oh, jetzt habe ich... Oh, verdammt, ist egal! Da war ich vorhin auch. Ja, es ist... Ah, ich finde, dieses doofe Relikt zum Öffnen der... ...des Tores nicht. Hier geht's nicht... Oh mein Gott. Das ist der Teddybär, der ist irgendwo das... Ja, der ist irgendwo. Nur wo. Meine Bedrohung ist übrigens ganz voll. Was bedroht denn? Dass die wahrscheinlicher kommen werden. Hier geht's noch lang. Ich bin auf dem Klo. Ja, egal. Oh, bitte, Gott. Ich bin in dem Gelegtraum. Teddybär. Benutzen. Ist ne Badewanne? Herklar. Filter Falter. Mehr sahen. Geradeaus, bis zum Ende des Fluss, dann links, dann wieder links und rechts. Okay. was wo bin ich denn jetzt ah ein Zimmer mit Damen schon ich hab was gefunden im Mid-Island Hospice die Patientin leidet an einem Ortungszwang und versteckt häufig alles was sie findet die Patientin wurde dabei beobachtet wie sie Dinge festhält und in unsinnigen Phrasen die vom Personal als verstörend bezeichnet wurden zu sich selbst spricht höre die Böken summen so wo lang muss ich denn es gleich ich hoffe die Oma erscheint jetzt nicht jetzt gleich rechts ja was ist eigentlich wenn die kann die Knallfackel ja und halt gegen die halten oder nicht angucken weil ein Problem ist wenn du das Relikt in der Hand hast Alter kommt schon wieder der Stuhl so ich geh mal weiter oh hier ist noch ein Zettel ich bin jetzt in einem größeren Raum ich versuche mal auf dich zu warten förmlich ich bin jetzt in einem größeren Raum ich bin jetzt in einem größeren Raum